Heyo Leute, Crimex hier, was geht da mit Paul Berger? Wir sind hier immer noch mit dieser schwarzen Lotus-Mafia. Letztes Mal haben die auf einmal Paul Berger rausgeholt. Die haben einfach meinen kleinen Bruder, Mann! Ey, Leute, wir müssen gucken, was wir jetzt machen sollen. Lasst meinen kleinen Bruder in Ruhe. Ey, gib mir Paul Berger wieder zurück! Gib uns das kleine Kind wieder! Was fällt euch eigentlich ein? Wozu entscheidest du dich? Für den Koffer oder für Paul Berger? Hä, natürlich für meinen kleinen Bruder Paul Berger. Was soll ich denn mit meinem Koffer, Junge? Bei dem Koffer ist aber das Gegengift. Da ist das Gegengift für meine Freunde. Wie, ich muss mich zwischen meinen Freunden und meinem Bruder entscheiden, oder was? Max, wir müssen einfach Paul Berger retten, das ist doch klar. Scheiße, scheiße, was soll ich, Mann? Aber, ey, überleg doch mal unsere ganzen Freunde. Die werden alle sterben. Ja, das ist dein Bruder, Familie geht doch immer vor. Scheiße, scheiße. Die werden schon irgendwie einen anderen Weg finden. Ich weiß es nicht, Mann. Ich, ah, warte, Esju, komm mal kurz mit. Alter, Max, du bist dein Ernst gerade? Ja. Du überlegst doch? Ja, Paul Berger, halte durch. Ey, Esju, Mann, was sollen wir machen? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wen würdet ihr retten? Paul Berger oder alle Freunde? Esju, überleg doch mal, Tuan, Amir, Russack, alle. Guck mal, wir müssen das irgendwie anders klären. Ich sag dir ehrlich, Paul Berger kann hier nicht bleiben. Wir müssen ihn mitnehmen und dann überlegen wir uns was anderes. Ey, das sind solche Hunde, Mann, dass die meinen kleinen Bruder da mit reinziehen. Ich werde euch so fertig machen, Mann. Morgi. Ey, warte, aber Esju, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ey, ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krank, aber du musst mir zuhören. Ich glaube, ich werde mich für das Gegengift entscheiden und dann können wir nämlich Tuan und alle wieder zurückholen und dann zusammen können wir Paul Berger befreien. Zusammen sind wir viel stärker als alleine, verstehst du das? Max, ich stimme die Spur. Wenn wir jetzt nur Paul Berger wiederholen, dann können wir die anderen nicht retten. Hör mir mal ganz kurz zu. Das Ding ist, die sind nicht dumm. Die sind nicht dumm, Max. Die werden wissen, wenn wir mit Tuan und Co. hierher kommen, dass wir da einen Plan schmieden. Die sind wirklich nicht dumm. Wir müssen erstmal Paul Berger retten. Vertrau mir. Aber nur mit Paul, ey, die haben keine 24 Stunden. Ich muss jetzt ne Entscheidung fällen, Leute. Ey, lass Esju in Ruhe. Wenn du den nicht entscheiden kannst, verlierst du jetzt noch einen Fall. Nein, 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 lass Esju, lass er. Okay, ich werde mich entscheiden. Ey, Leute, ich weiß, es wird vielen von euch nicht gefallen, aber ich muss das so machen. Ich nehme das Gegengift. Ich nehme den Koffer. Paul Berger, Paul Berger, ich werde dich trotzdem rausholen. Paul Berger, du bleibst bei uns. Nein, scheiße, Mann, aber was soll ich machen? Gib mir das Gegengift. Lass Esju runter, lass Esju. Paul Berger, ich habe einen Plan, ich werde dich befragen. Hey, was soll das? Nimm mir jetzt nicht Esju wieder mit. Wir haben einen Deal. Du hast dich falsch entschieden. Du hast die Freunde über die Familie gestellt. Und deswegen werden wir jetzt einen Freund mitnehmen. Ey, wie jetzt, Mann? Das war nicht die Abmachung, dass ihr Esju wieder mitnehmen. Jetzt verabschiede ich. Wir werden nicht lösen. Scheiße, scheiße, scheiße. Paul Berger, ich werde dich befreien. Ich werde dich da rausholen. Alter, Max, hilf mir. Wir sind zu viele. Ich kann denen nichts machen, aber wenigstens habe ich einen Gehlen. Ich bin nicht. Ja, ist ja gut. Ich gehe, ich gehe, ich gehe ja schon. Ach du Scheiße, Leute. Jetzt haben die mir auch wieder Esju mit mir weggenommen. Jetzt bin ich wieder ganz alleine, Mann. Ey, Mann, was ist das denn? Oh, mein Gott. Scheiße, Mann, mein armer kleiner Bruder Paul Berger. Ey, Leute, ich weiß, viele von euch in den Kommentaren, ihr könnt es jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube, wenn ich jetzt das Gegengift habe und mit meinen Freunden zusammen, kann ich bestimmt Paul Berger besser retten, als wenn ich jetzt nur Paul Berger hätte. Versteht ihr, wie ich meine? Ich habe mir einen Plan gemacht. Aber, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt gleich mal in den Koffer reinschauen. Wir werden jetzt hier erstmal wegfahren. Alter, das ist zu krank, Mann. Das ist zu krank. Ich fahre jetzt direkt erstmal ins Krankenhaus und werde da das Gegengift an den Doktor geben, dass der meine Freunde retten kann. Und dann werden wir Paul Berger befreien, Mann. Was ist das überhaupt für eine Drecksmafia, diese schwarze Lotus? Solche Hunde, Alter. Mann, ziehen wir einfach mal einen kleinen Bruder da mit rein. Der hat damit doch gar nichts zu tun, Mann. So, komm jetzt erstmal schnell ins Krankenhaus. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Schnell, 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 schnell. Amir, Russak und alle Touren, alle, die noch da sind. Wir brauchen das Gegengift. Let's go, let's go, let's go. Schnell. Ey, Leute, keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Komm, schnell, schnell, schnell. Da vorne ist das Krankenhaus. Da liegen meine Freunde drin. Bam, komm hier. Direkt einfach mit dem Motocross reinfahren. Hier beiseite, Mann. So, schnell, 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 schnell. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Ey, Leute, jetzt ganz schnell. Oh, nein, da liegt Amir. Amir, hallo, lebst du noch? Ey, warte, seine Hand bewegt sich zumindest noch. Amir, ich werde dich bald retten. Ich habe hier das Gegengift. Ich habe das Gegengift. So, komm, wir gehen hier rein, wir gehen hier rein. Hallo, Doktor, Doktor. Es sieht nicht gut aus für diese zwei Patienten. Ich habe hier das Gegengift. Ich habe das Gegengift. Wir können sie retten. Russik, Russik, hallo. Geht's dir gut? Scheiße, Russik, hallo. Oh, nein, ey. Die sind ja komplett weggetreten. Ja, hier, hier, nehmen sie das Gegengift. Nehmen sie das Gegengift in die Hand. Hier, hier, hier. Schnell, danke schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich gucke jetzt erst mal nach, ob das überhaupt stimmt und passt. Touren, halte durch, halte durch, ja. Gucken Sie mal rein, gucken Sie mal rein, Dok. Da ist nur eine Dosis drin. Wir haben hier drei Patienten. Wir haben nur eine Dosis. Hä, wie, wie? Ey, nein. Da ist eine Dosis drin für drei Patienten. Wir müssen uns für einen entscheiden. Hä? Ey, die haben mich total verarscht, Mann. Ich habe mich für das Gegengift entschieden und da war nur eine drin. Wie, ich muss, ich kann, wir können nur einen von meinen Freunden jetzt retten, oder was? So sieht's aus. Scheiße, ey, jetzt muss ich mich hier schon wieder für jemanden entscheiden. Ey, Leute, das ist so schwierig. Ja, nur noch ein paar Stunden. Das wird nicht mehr gut enden. Ja, ich weiß, ich weiß. An wen wollen Sie das Gegengift geben? Wir müssen uns jetzt gleich entscheiden. Ich muss eine Entscheidung treffen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wen würdet ihr jetzt retten, Mann? Ey, das ist so schwierig zwischen Familie, Freunden, jetzt zwischen meinen Freunden muss ich mich noch entscheiden. Aber, Leute, ich muss an den Plan denken. Ich würde sagen, lasst Touren retten, weil Touren ist krank. Wenn es einer schaffen kann, mit der schwarzen Lotus-Mafia sie anzulegen, dann ist es Touren. Okay, ich will, dass Sie das Gegengift Touren geben. Ich sage ganz sicher, Touren ist der Älteste von allen. Ich weiß, ich weiß, aber nur er kann mir helfen, meinen kleinen Bruder und alle anderen wieder zu retten. Alleine schaffe ich das nicht. Sie haben die Verantwortung. Ich gebe Ihnen das Gegengift. Aber wenn Sie sich danach falsch entschieden haben, kann ich leider nichts machen. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie man das anwendet. Nehmen Sie das. Gehen Sie zu Touren und tun Sie ihn wiederbeleben. Komm, schnell, schnell, schnell. Natürlich mache ich das Gegengift rein. Komm, machen Sie das. Los. Komm, jetzt holen Sie Touren wieder zurück. Schnell, wir haben keine Zeit. Das ist nichts für schwache Nerven. Sie müssen jetzt einmal bitte den Raum verlassen, aber zack ich. Wie, wie, warum? Bitte, verlassen Sie jetzt den Raum. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ist ja gut. Okay, okay. Ab jetzt. Hey, Leute, keine Ahnung, warum ich hier den Raum verlassen soll, was er da drin mit dem macht. Ich warte hier vor der Tür. Touren. Touren, halt sie durch. Komm, ihr Armi, Russack, ich werde euch auch helfen. Ich werde euch alle retten. Aber wir brauchen jetzt die Hilfe von Touren. Wenn es einer schaffen kann, sich mit denen anzulegen, dann ist es Touren. Wie lange braucht der denn da drin noch? Komm, komm, komm. Hol ihn wieder, hol ihn wieder. Es sieht gut aus. Wir haben ihn wieder zurück. Ja, ich komme, ich komme. Ey, ist da. Touren. Nee. Ey, Touren, dir geht's gut. Gott sei Dank, Mann. Oh, mein Kopf. Mein Kopf, was passiert? Alter, Touren, hast du nichts mitbekommen? Weißt du nicht, was abgeht? Nein, ich hab was. Sushi essen, Sushi. Du warst Sushi essen? Und dann wurde ich ganz müde. Und dann nicht jetzt aufgewacht. Du wurdest vergiftet, Mann. Ich hab dich gerade gerettet mit Gegengift. Wer hat mich vergiftet? Ey, die Mafia heißt Schwarze Lotus oder so. Was ist Schwarze Lotus? Es ist viel los, Santos. Du kennst die Schwarze Lotus? Ah, Max, Max. Oh, lass mich erst mal kurz hinsetzen. Scheiße, ey, du kennst die, oder was? Ey, Max, jeder Verbläser kennt es, was du tust. Ey, die sind komplett krank, Mann. Jeder Verbläser kennt es, Max. Ey, Touren, wenn du wüsst, was abgeht. Ey, die haben euch alle vergiftet. Die haben mir verschlüsselte Botschaften zukommen lassen. Warte mal. Ja, guck doch mal. Was ist los? Da liegt Russik. Draußen liegt noch Amir. Guck mal. Amir, nein. SU hatten die auch vergiftet. Den hatte ich auch schon gerettet. Den haben die jetzt aber wieder mitgenommen. Und soll ich dir mal das Schlimmste erzählen? Was denn? Die haben auch Paulberger. Was? Die haben meinen kleinen Bruder Paulberger. Max, du musst ihn los. Das heißt klick, klick, klick. Das heißt klick. Jetzt am Autokloss. Ja, damit bin ich reingefahren. Komm, komm, komm. Fahr, 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 fahr. Oh. Hey, Touren. Ah, danke schön. Hey, Touren, du hast wirklich gar nichts mitbekommen. Hast du nicht irgendwas gehört? Gar nichts, gar nichts. Scheiße, weißt du nicht, wo die... Wir müssen weg. Geh aus dem Weg. Alter, oh mein Gott, Leute. Touren ist voll am durchdrehen. Ihr wisst, Leute. Touren liebt Paulberger. Das ist wie ein Sohn für ihn. Oh. Scheiße. Jedenfalls, ey, Touren, ich muss dir meinen Plan verraten. Ich hab jetzt das Gegen... Ich hab mich für das Gegenwifte entschieden. Dafür haben die Paulberger wieder mitgenommen. Weil mein Plan war... Mein Plan war, dich zurückzuholen, weil nur mit dir kann ich den schwarzen Lotus aufhalten. Max, Max. Ich werd alle meine Informationen, wenn ich jetzt Geld zahle. Ich brauch Informationen, ja. Ich hol jetzt 50 Millionen von meinem Konten, um Paulberger zu finden. Ja, das ist gut. Wir müssen... Ich weiß auch gar nicht, wo die Base von denen ist. Ich hab gar keine Ahnung, wo die chillen, Alter. Ich weiß nicht. Essio und Paulberger haben die noch und Armin und Russack sind noch vergiftet, Mann. Wir brauchen Gegengift und müssen die aber retten. Essio haben die Augen füllen. Ja, den haben die wieder mitgenommen. Was? Der war grad mit dabei bei der Übergabe. Dann haben die den zusammengeschlagen und wieder mitgenommen. Die sind komplett krank. Ich bin ekelhaft. Die machen keinen Halt von Familie und Freunde. Nein, die sind krank. Das ist ellenlos. Okay, komm, wir fahren erstmal zu deinem Tempel. Wir brauchen Waffen. Dein Tunus, alles. Let's go. Let's go. Was ist denn weg, alle? Ey, Turin, wir sind gleich angekommen. Los, los, los. Ich mach hier Kickdown. Vollgas, Vollgas. Ey, wir müssen die anderen retten. Paulberger. Jetzt hier links. Hier links. Sie sitzen da. Ja, hier, 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 hier. Ich hoffe, du hast richtig viel Waffen bei dir zu Hause. Ey, oh mein Gott. Ey, die sind hier bei dir. Die sind hier bei dir. Gehen in Deckung, gehen in Deckung, gehen in Deckung. Alter, die jagen dein ganzes Tempel in Luft. Nein, 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 nein. Schieß, schieß, Turin, die wollen dein ganzes Autos. Dein Tempel. Oh mein Gott, das sind die. Das sind die vom schwarzen Lotus. Weiter, weiter, weiter. Ich hab eine Idee. Alter, die jagen alles in die Luft, Mann. Bam, ach du Scheiße. Okay, Rückzug, das reicht. Ach du Scheiße, ey. Guckt euch die an, die Pisser, Mann. Einsteigen, abwacht. Werf einen Haft, genau. Oh, richtig gut. Richtig gut, Turin, Alter. Ey, das war so schlau von dir. Perfekt. Ey, Turin hat eine Haftbombe an die drangebohrt. Oh, nein, nein. Turin. Nein, nein, nein. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Alle gut, alle gut. Ich hab noch frühzeitig gehört, dieses Bip, Bip, Bip. Alter. Oh, Heiliger. Ey, guck mal, was die mit deinem Tempel, mit deinen Autos gemacht haben. Das werden die mir alle bissen. Aber warte, ich glaub, dein Toulos hat überlebt. Natürlich überlebt mein Toulos. Der hat maximale Panzerlung. Alter, oh mein Gott. Der sieht sogar, also okay, ein bisschen mitgenommen sieht der aus. Aber dafür, dass hier alles so krass explodiert ist, dem Toulos geht's gut. Mein Bugatti ist all mein... Das wird dir mich zu teuerst küssen lassen. Scheiße. Ey, überleg dir das mal, Turin. Oh mein Gott. Ey, Turin, überleg dir das mal, ne? Wie ekelhaft die sind. Die haben mir dich zurückgegeben. Die wussten, dass ich dich wiederholen werde. Und haben hier schon auf dich gewartet, um alles in die Luft zu jagen. Die wissen ganz genau, die wollen nichts wissen, ha? Die wollen nicht, dass ich gesaffe, zu denen zu kommen. Aber die haben ihn nicht gut gemacht. Die haben ihn nicht gut gemacht. Anstatt meinen Ausland zu gleifen, hätten die mal mitdöten sollen. Das stimmt, das stimmt. Ey, Leute, guck dir mal dieses Trümmerfeld hier an. Was meinst du? Ich hab einen IP-Sender in dieser Bumbe drin. Ja, das riecht gut. Wir können die hinterher verfolgen, ne? Wir wissen jetzt, wo die hinfahren. Max, ich werde nicht nur gucken, sondern ich werde die auf jeden Fall stümen. Guck mit, ich muss mit Waffen gehen. Ja, okay, perfekt. Wir gehen in deine Waffenkammer. Ich hoffe, du hast noch gut Munition für Minigun eingekauft. Oh, Matzala, glaub mir, ich hab genug für zweimal Schwarze Lotus. Sehr gut, Leute, let's go. Wir holen uns jetzt hier Waffen aus Tourens Waffenkammer. Und dann werden wir uns die Pisser packen, Alter. Wer ist dieser Schwarze Lotus, dass die Paul Berger und meine Freunde hier mitnehmen? Nein. Was, 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 Tour? Wir haben all meine Leute hier abgeschlachtet. Guck mal, keiner mehr hier. Stimmt, Alter. Normalerweise sitzen doch hier immer Leute auf der Bank und so. Das sind meine ganzen Mitarbeiter. Investment, Banking, Finanzierung, alles. Nein, 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 nein. Wir sind auf uns alleine gestellt, Touren. Wann weißt du das? Ich zeig dir einen Raum, hier hab ich noch niemanden gezeigt. Du hast einen Secret-Raum hier? Ja, hier hab ich noch gar keinen gezeigt. Noch nie, nirgendswo. Wow, okay. Okay, Max. Es ist ein Notfall. Was? Touren, du hast hier einen geheimen Waffenraum nochmal. Ja, natürlich. Ich baue selber auch meine Waffen. Ey, Leute, guck mal, das hier hinter so einer Wand. Das wusste ich gar nicht, dass Touren hier so ein Secret... Ey, Touren, du hast mir nie von dem Raum hier erzählt. Max, es gibt manche Sachen, die lasse ich aus meinem Privatleben laus, ja? Aus eigener Sicherheit. Alter, guck mal, der baut hier Bomben und so alles. Ja. Aber okay, ich glaube, extreme... Extreme Maßnahmen oder wie heißt das? Erfordern extreme Maßnahmen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was ich meine. Ja. Ich werde nicht die Minigun benutzen. Ich werde die allein tun. Ja. Okay. Was machst du jetzt mit der Minigun hier? Max. Die haben mich zu etwas gezogen, was ich nie in meinem Leben machen wollte. Nie in meinem Leben. Und es ist fertig. Es ist fertig. Max. Ja. Es wird Zeit, die Arten gesossen auszuholen. Was? Hast du hier gerade einen Laser-Minigun gebaut hier? Max, das hat mich ganz... Hat mich sechs Milliarden gekostet, diese Maschine. Alter. Ey, Touren ist zu krank. Er baut sich irgendwelche Laser-Alien-Waffen. Ey, warte mal. Ich gehe hier mal hin. Ich nehme mir auch ein paar Waffen raus. Okay, Touren? Ich gehe hier raus, Max. Aber Max. So, warte. Ja, ja, ja. Was, 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 was? Du wirst nicht mitkommen. Wie? Ich werde nicht mitkommen. Max, das ist zu gefährlich für dich. Ich kann dich nicht verlieren. Ey, Touren, natürlich komme ich mit. Das sind zu viele für dich. Wir müssen Paul-Berger retten und so. Max, komm erst mal raus hier. Touren, natürlich werde ich mitkommen. Ich werde doch meinen kleinen Bruder, meine Freunde, alle. Du kannst da nicht alleine. Max, du weißt. Ich kann dich komplett auslasten, wenn du dabei bist. Ich habe ein Auge auf dich. Ja, ich weiß. Aber Touren, dieses Mal, du musst deinen Super Saiyajin-Modus aktivieren. Wir brauchen jetzt den kompletten Full-Touren-Modus. Das sind so viele. Ich weiß nicht. Allein bei dem Treffen, Freunde. Du warst nicht dabei. Die haben bestimmt irgendwie 100 Leute oder so. Die sind richtig krank. Ich will gar nicht wissen, wie das bei denen beschützt ist, die Base. Max, Max. Ja? Ich habe mich sauer gemacht. Weißt du, wie viel man braucht, wenn man mich sauer macht? 20.000 Minimum. Ja, safe. Ich weiß ja. Und vor allem, das größte Argument ist ja, mein kleinen Bruder, Paul Berger. Der arme Junge hat damit nichts zu tun. Wir werden ihn jetzt rausholen. Max, wir werden uns jetzt hier snappen. Sehr geil. Ja, ja, los, 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 los. Oh mein Gott, Leute. Der Tool ist zu krass. Aber ey, Touren, wo ist denn der Peilsender? Wo sind die? Weißt du das? Siehst du das? Lass mich gucken. TV, wo ist Peilsender? Der Peilsender befindet sich im Playboy-Anwesen. Ich wiederhole. Playboy-Anwesen. Okay. Touren, Alter. Dein Tool, dein Toolus kann ja sogar reden mit dir. Ja, ich hab eine Kai installieren lassen für meinen Toolus. Alter, mit Sprachsteuerung sogar. Ey, krass, krass, krass. Was hat die gerade gesagt? In Playboy? Playboy-Villa. Die sind bei der Playboy-Villa. Okay, komm, wir fahren dahin. Wir werden jetzt meine Freunde und Paul Berger retten, Leute. Auf den Weg. Dieses schwarze Lotus hier weg. Raus aus Los Santos. Es kann nur ein Mafia-Boss geben und das ist Touren. Max, wir müssen das lau machen. Wir müssen das lau machen. Ja, wir müssen von, wir müssen erst einen Überblick machen über eine ganze Situation. Ah, ich weiß. Das sind richtig viele da. Ja, ja. Und das sind keine Anfänger. Das sind keine Glovesleet-Bolas oder so, die man ganz kurz so flüchtig holen kann. Nee, nee, das ist eine professionelle Organisation. Die sind krass, die sind wirklich krass. Die haben sich mit den Falzen angelegt. Ey, Touren, pass auf, Touren, pass auf. Wie gleich ist dieses Playboy-Anwesen? Ja, das ist hier. Warte, park hier, park hier, park hier. Die dürfen uns nicht bemerken. Die kennen deine Autos. Oh, das riecht gut. Hier können wir über die Mauer schauen. Alter, Touren, du bist schlau. Du bist richtig schlau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du das, was da drin abgeht? Ich habe eine Idee, Max. Oh mein Gott, sind da viele. Max, 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 ich habe eine sehr gute Idee. Wie denn, wie denn? Und zwar, die werden mit Haftbomben, denen AMGs hier kaputt machen. Die denken, die werden von Angriffen beginnen, von Hintereingang leihen. Oh, das ist eine richtig schlaue Idee. Ja, das ist gut. Aber leise, wir müssen ganz leise sein. Warte mal, lass erst mal kurz wegen dem Hintereingang schauen, dass wir da reinkommen. Ich glaube, hier ist irgendwo so ein Tor, wo man drüber springen kann. Ja, da hinten, da hinten, da hinten ist sowas. So, hier, 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 hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier können wir ein... Sogar, hier ist sogar die Tür auftouren. Oh, perfekt, perfekt. Alter. Noch kaum Leute. Ey, okay, okay. Okay, hier hinten sind echt weniger Leute als vorne. Perfekt, guck mal, da ist einer. Okay, hier hinten sind echt viel weniger. Oh, warte, Achtung, da kommt einer angelaufen. Rein, 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 wieder raus. Da läuft einer, da läuft einer. Okay, Tur, so können wir es machen. So können wir es machen, perfekt. Lass vorne die Autos sprengen und dann gehen wir da hinten rein. Hast du Haftbomben bereit, Tur? Ich habe alles. So, ich werde auch werfen. Jeder, jeder kann fünf Haftbomben werfen, okay? Let's go, let's go, let's go. Komm, werf, 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 wir brauchen volle Sprengkraft, volle Sprengkraft. Wir müssen so viele wie möglich wegmachen. Okay, und ich habe fünf geworfen. Ich habe jetzt auch fünf. Okay, dann lass jetzt wieder nach hinten. Lass den Turlus mitnehmen, komm. Sei geil, sei geil, sei geil. Dann haben wir später auch einen Fluchtweg. Okay, 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 dann gehen wir jetzt hier rein. Okay, wir müssen, wichtig ist, Paul Berger und das Junglaussohle. Ja, safe, safe, safe. Und mit dem Gegengift müssen wir dann natürlich noch Amir und Russak retten, ne? Ja, 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 ja. Okay, bist du bereit für Sprengung? Ich bin beleid. Oh, da steht einer am Rücken. Drei, zwei, eins, bam! Okay, okay, alles okay, ja, alles okay, ja. Okay, okay, warte. Da ist er, da ist er, los, 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 grillen ab, grillen ab, let's go, let's go. Weg, weg, der ist, ist weg, der ist, ist weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es geht los, es geht los. So, komm, Schuhe, los, 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 los. Wir sind auf dem Anwesen. Ja, komm, den, ich bin noch voll weg. Von hinten, von hinten, ja, einer hinter uns. Ja, komm, 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 okay, wir haben das Anwesen von hinten gestürmt, tu. Let's go, let's go. Schließen, andere. Es ist weg, es ist weg. Ja, komm, 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 komm. Ich zeig, oh mein Gott, das ist Sour-Sauce. Niemals mit Touren und ein Cremex anlegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jaa! Wo sind sie los? Wir sind mitten im Hof. Achtung, hier an der Tür, einer an der Seite. Jaa! Okay, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es, komm, wir haben es, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Achtung, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Rückzug, Rückzug aus dem Hof. Da ist noch einer hier, hier, hier bei den Garagen. Oh mein Gott. Ja, hol dir den. Ich glaube, wir haben es, oder? Ja, ja. Nein, da ist noch keiner. Ja, einer an der Tür. Ja, fließt mein Minigun. Sehr gut, Touren. Stark, 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 stark. Aber Touren, wir haben es noch nicht geschafft. Wir haben nur den Hof hier erobert. Aber, oh mein Gott. Ey, der steht wieder auf. Was ist mit dem? Wir schlafen. Komm, Tohren. Komm, komm, komm. Achtung, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Weg, 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 weg. Wichtig, wichtig, wichtig. Ey, wir müssen jetzt in das Haus rein. Wir müssen in das Haus rein. Warte, komm, komm, komm. Ey, da ist noch einer. Da sind noch welche. Die sind da, die sind da. Die sind zu. Rückzug. Du an ist da. Kommt her. Gib mir Paul Berger wieder. Lange. Stimmt, das Ganze anwesend. Wir stimmen, das Ganze anwesend, Touren. Komm. Lass, lass, lass. Wo ich gehen will. Ich kann da nicht ausziehen. Warte, ich auch nicht. Das ist hier riesengroß, Alter. Diese bleiben. Ey, bleib liegen, Junge. Wo mein Paul Berger? Komm her, Touren, komm her. Warte, wir müssen uns hier erst mal umgucken. Okay, hier ist ein Arbeitszimmer. Okay, hier Eingangsbereich. Da hinten ist der Garten. Wir müssen hier erst mal klarkommen. Oh mein Gott, Alter. Ach du, wie siehst du, sie kommen wieder. Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Ich werde Granaten schießen. Mach Granate. Mach, mach's. Ich spreng das ganze Scheiß-Hausdien los. Ich stürme, ich stürme. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sauber. Laum, sauber. Warte mal, hier ist die Küche. Wo sind die, wo sind die? Ey, Touren, ich glaube, wir haben es geschafft. Sind alle weg hier? Ich glaube, niemand mehr ist hier. Alter, ey, wie krass ist diese Playboy-Villa hier, bitte? Hier ist so ein Ding-Tisch. Aber wo könnten die die Gefangenen halten? Hier ist auch nochmal ein Büro. Oh, Berger. Ist hier vielleicht irgendwie so ein versteckter Gang hinter dem Bücherregal? Es ist, Juh, Paul Berger. Ey, guck mal, hier ist ein Keller. Hier ist ein Keller. Hier kommt da. Was ist da? Bestimmt sind hier unten im Keller die anderen. Hier ist niemand. Hier, hallo, hallo. Paul Berger, es ist, Juh. Hier ist das nur ein Weinkeller. Hier ist nur Wein. Hä? Hast du das gehört, Touren? Alter, guck mal, was für Schätze, was für Gemälde hier sind. Warte, ganz kurz. Krass, 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 krass. Was, 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 Touren, was? Nee, nee, nee. Perfekt. So. Ihr habt eine Abholung organisiert. Für die ganzen Sacken hier. Die werden nie wieder hier auf den Fuß passen können. Okay, das ist gut. Aber scheiß mal auf die Gemälde, Mann. Wo sind die denn? Leute, wo können die denn noch sein? Haben wir irgendeinen Raum hier vergessen? Warte mal, waren wir in der Küche hier drin? Ja, aber wo sollen die denn in der Küche sein? Ich brauche ein Bier zum Nachdenken, Max. Ich klinge sonst kein Alkohol, ja? Warte mal kurz auf. Hä? Hä? Was ist das denn? Hier ist ein Geheimgang im... Oh mein Gott, jetzt ganz ruhig, ganz ruhig, du. Hier ist ein Geheimgang im Kühlschrank drin. Hier, bestimmt müssen die hier unten die anderen gefangen halten. Komm, komm, komm. Ach du, da sind die, da sind die! Feuer! Kommt hin! Schnapp sie, schnapp sie! Scheiße, scheiße, ich schieß Granaten rein. Achtung, Turren, weg da, weg da, weg da! Max, sie ist ein, sie ist ein! Gib mir Paul Berger und Turren wieder! Äh, äh, hier, SU! Hallo? Ich glaube, das sind alle, ich glaube, das sind alle. Was ist da, was ist... Oh mein Gott, was haben die hier für geheime Räume? Max! Paul Berger, wir sind hier! Paul Berger! Wir sind hier drüben! Da drüben, hier, 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 ja! Hey, stopp, ich werde ihn sonst abknallen! Nein, lass, lass ihn in Ruhe. Max! Ja, was ist los, Turren? Ich glaube, eine Idee, verklau mir. Warte, warte, warte! Das ist wie Paul Berger! Warte, 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 Turren, warte! Wir haben all deine Leute getötet, du bist ganz alleine, es bringt nichts mehr, mach die Waffe runter! SU! Paul Berger, geht's euch gut? Max! Du weißt gar nicht, was wir mit uns angestellt haben! So, nochmal, hier, an Mr. Büffel, Mr. Büffel, alle sind tot, deine ganzen Leute sind tot von Schwarzer Lotus, du bist ganz alleine, nimm die Waffe jetzt runter! Nein, ich werde jetzt den Kleid abschießen! Turren, mach dein Ding, mach dein Ding! Let's go, let's go! Oh nein, sorry, I see you, sorry! Alter! Was? Oh mein Gott, Jungs, 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 Jungs! Geht's euch gut, geht's euch gut? Ja, jetzt schon! Du hast uns gerettet, Mann! Du hast uns einfach gerettet, Turren! Max, danke euch! Paul Berger, du dachtest, ich würde dich hängen lassen, du weißt, du bist mein kleiner Bruder, ich würde dich niemals hängen lassen, Paul Berger! Aber ich musste zuerst das Gegengift holen, um Turren wieder zu beleben, dass ich euch retten konnte! Ey, komm, ich hol euch hier raus! Wir sind ja auch an der Stelle! Dreht den nochmal richtig zusammen, SU, scheiß, schwarze Lot... Oh mein Gott, Max! Wir haben es einfach geschafft, wir haben es einfach geschafft! Komm, Jungs, komm, Jungs! So, komm, komm, komm! Ja, ja, was ist los, Turren, was ist los? Weiß euch runter, du musst unten die Gegengift noch holen, die ist so, die habt ihr eben gesehen! Stimmt, 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 das Gegengift! Okay, warte! Ich geh das holen, ich geh das schon holen! Oder SU, geh du das holen! Ja, ich hol schon mal den Toulos, ich hol schon mal den Toulos, komm, komm, komm! Turren, geht's wieder, kannst wieder laufen! Ja, einigermaßen... Okay, komm, wir holen den Toulos, dann weg hier, dann weg hier, dann weg hier! Ey, Leute, denkt ihr, das war's mit dem schwarzen Lotus? Denkt ihr, wir haben die besiegt? Oder glaubt ihr, da kommen noch mehr? So, komm, hier hinten, hier hinten haben wir den doch extra gepackt! SU, vergesst nicht das Gegengift! Hier, den Toulos bereit machen, alle einsteigen, alle einsteigen, Jungs, wo bleibt ihr? Ich komme, ich komme! Jungs, ich komme! Okay, sehr gut, sehr gut, da ist es auf SU! Ich hab den Kopf mit dem Gift! Alter, okay, perfekt, perfekt! Dann können wir Russack und Amir noch holen! Mom! So, komm, Turren einsteigen, schnell! Und, oh mein Gott, Leute, wir haben's geschafft! Wir haben das Gegengift, wir können jetzt Amir und Russack auch wiederholen! Wir haben SU und Paul Berger befreit, Leute, das war's gewesen! Der schwarze Lotus ist besiegt! Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crymax!